Also ihr fragt immer wieder, warum in New York? In der Vergangenheit war es so, ich kann keinen Urlaub machen, ich dreh durch. Ich muss streamen, ich muss vloggen, ich muss irgendwie was machen. Deswegen waren immer nur zwei Tage im Urlaub, die letzten siebeneinhalb Jahre immer mal wieder ganz kurz oder mal ein bisschen länger, aber dann mit Chef Strobel und dann jeden Tag Vlogs machen. Und jetzt haben wir noch einen schönen Kompromiss gefunden. Meine Freundin ist gerade mit dem Master fertig und der Job bei ihr ist jetzt auch fertig. Hat jetzt zwei Monate frei und wir ziehen im Winter um. und deswegen wollten wir vorher noch einmal zwei Monate, weil wir es können, ihr ermöglicht das. Vielen, vielen Dank dafür, weiß ich sehr zu schätzen, bin da sehr, sehr dankbar. Haben wir gesagt, New York, ich war noch nie in New York. Jetzt sind wir hier, zwei Monate, Chef Strobel kommt noch, Romatra kommt noch, mein Bruder ist hier, meine ganze Familie ist hier, meine Oma ist hier, die aber nur für eine Woche, ich bleibe nur die ganze Zeit mit meiner Freundin hier. Daily Vlogs und nahezu Daily Streams, am Anfang ein bisschen weniger, am Ende ein bisschen mehr, dass man beides kombinieren kann. Man hat sowohl Urlaub, aber ich kann auch streamen, Zeitverschiebung schmeckt grandios. Ich kann hier morgens aufwachen, kann hier um 12 Uhr anfangen zu streamen, dann ist es bei euch abends 18 Uhr. Ich kann ganz normal mittags arbeiten, streamen und vloggen und abends habe ich frei, zum allerersten Mal in den sieben Jahren. Deswegen sind wir hier für zwei Monate. Geil, fertig.